So heute geht es weiter mit Need for Speed und wir gehen heute als Racer wieder rein. So, verfolge ich euch nur noch hier, Schockwelle, ich habe jetzt wieder ein bisschen neues Kohle. Der eine Turbo, ach gut, ich knall ein älter so statisches Feld rein. Aber warte mal, ich mache ihn doch in den Pieter, da bin ich gerade echt gut gefangen tatsächlich mit dieser Kombi. So. Ja, das kriegen wir hin. Ja, da können wir in 3 Sekunden Dankstecke und Wirtschaften, das kriege ich hin. 2,74 km mal, kriege ich auch mit dem Auto, für perfekte Nitros kriegen wir auch hin. So, also viel müssen wir da nicht mitmachen. Gut, 1. Speedless heute. Wo ist die komische Autobahn? Hier unten. Wir starten hier. Also ich persönlich bin ja lieber Cop als Racer, aber wir machen beides. 2,74 km mal abwechseln. Los geht's mit unserem Audi R8. Wer sollte die 247 km ohne Probleme mitkriegen? Okay, die kriegst du ja nicht so hin. 1. Erster Nom. 3. Formale 1. Second. 1. 2. 1. 1. 1. Die 2. 1. 1. 1. Ich muss mein Nitro mal wieder ein bisschen hochpushen. Oh, das war ein Abflug. Ich brauche das Ding mal wieder voll. So, den haben wir auch schon geholt, den Windschatten. So, das erste perfekte Nitro durch. So, das heißt, einmal Tankfüllung leer machen. Ohne... Ohne... Ohne, um uns zu quästen oder so. Die kriegen wir relativ schnell hin. Den Einzelsprung müssen wir noch da nochmal hinkriegen. 119 Meter. Durch den Gegenverkehr lässt sich das Nitro sowieso relativ schnell wieder auf. Aber da wäre ja die Tanke noch. Hätte ich gezählt als Nitro? Okay. Ich versuche immer zwei Speedless in die Folgen zu knallen. Kann ich nur für drei für ein bisschen rumfahren, weißt du? Ja. Okay. 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 So. So. Einmal noch Nitro. So. Ich fahre es wieder zurück. Fühle mir das... Davon ist ein Kopf. Da darf ich es nicht sehen. So. Jetzt gehen wir nochmal Nitro auffüllen. Und dann fangen wir rüber und gucken, ob wir noch einen Sprung finden. Dann haben wir die Speedless nämlich auch schon weg. Das sind so einfachere Dinge. So. Jetzt ist es auch noch springen geben. Das war dann besser. Ich hoffe, dass hinten noch eine Sprungschance ist. Scheiße. Ich habe einen Raser auf der Interstate 4. Ignoriert meine Lichtsignale. Alle Einheiten. Achtung. Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Das war ja ein gutes Tempo drauf mit seinem Motor. Na warte mal ab. Gehen wir nicht auf die Liste. Blockade einheißen Rücken vor und blockieren Verdächtigen. Racer attackiert. Natale informiert Alleinheit. Verdächtigung. Verschwinde von mir. Seht ihr es für uns durch die Sperre gestoppt. Es wird von Verhaftung im Ziel. Ich will nur gleich einen Sprung schaffen. Oh. Mir war knapp. Auf der Interstate 4. Achtung. Officer S2 3. 10-10. Schnell. Daher Einheiten und Unterstützung leistet. Abschied durch den Grundrei verdächtigen Alisten. Scheiße Schmiss. Das war es. Fuck. Na es gibt keine Sweepons. Scheiße. Ihr habt alle. Ja. Ist gut. Scheiße. Oh. Das war ein schöner Sprung. Schon nebenbei. Das ist kein schöner Sprung mehr. Gucken wir mal. Hier vielleicht. Gucken wir es mal. Du kannst das auch mal. Genau. Die viel besser ist gut. Ich habe noch이에요. Selten Pferd wie gehen Sie 來. und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum auch immer du willst, wenn du mal in die Wand willst. Das war ja der Einzelsprung. Ich muss nicht nur einen Gesamtsprung machen, sondern einen Einzelsprung. Versuchen wir es mal. Versuchen wir es mal. Versuchen wir es mal abfahren müssen, oder was? Scheiße. Wir lassen doch noch einen Sprung. Scheiße, da ist es nicht mehr. Okay, hier kommen sie eh nicht hoch. Scheiße. Ich muss nicht erfolge abfahren müssen, wahrscheinlich. Vollverfolgung startet. Ich habe noch nie mal was gemacht. An alle Einheit verfolgt Verdächtigen Code 1044. Alle Officers in der Nähe bitte melden. Das ist nicht mehr so. Dannем mal ein Schissprung. Ei... ... ... ... Abenscheiden durch den Verdächtigen, alle gut. Der Verdächtige versuchte Einheiten zu zerstören, Auber. Dieser Racer gibt wirklich Gas. Kontroll, vorher eine Hilfe von Pfannen. Kann ich was sie tun? Scheiße. Aber denkt daran, dass die Straße blockiert ist. Ja, es war klar. Ich darf euch nicht treffen und ihr mich, oder was? Aber es bringt euch nichts. Alles nicht. Ich weiß nicht, dass ich noch mal auf der einzelnen Speedlist absprechen muss. Aber ich finde keinen Sprung. Der ist aber weggegangen. Komm, wir sind wieder weg. Komm, wir sind wieder weg. Aber keine einzige Sprungchanze oder sonst irgendwas. Oder nicht. Komm, wir sind wieder weg. Komm, wir sind wieder weg. Wir müssen noch nicht mehr weg. Wir müssen eine Ausführung vorsehen. Wir müssen noch nicht mehr weg. Wir müssen jetzt weiter weg. Wir müssen enlighten. Wir müssen den Abstand nennen. Wir müssen jetzt wieder aufnehmen. Wir müssen auch aufnehmen. Wir müssen noch nicht da weg. Warte mal, hier wäre einer. 81 Meter, Scheiße. Circa 20 Meter zu kurz, ich pause noch mehr Anlauf. 86 Meter. Ja, ich mach doch jetzt das Bittes Feierabend, hier bin ich ein bisschen weitergefahren. Nur weil ich ein bisschen springen will, ey. Ah, geh weg von mir. 85 Meter, ich war ja zu klein. Oh, haut ab von mir endlich, ey. Ich habe den Tempos untergerannt. An alle, möglicher Code 3-Einsatz auf Sun Valley Run. Ach, Achtung, Officer ist Code 3 für verdächtige Bracer. Nahe Einheiten mit Unterstützung leisten. Ach, Achtung. Ach, Achtung. Ach, Achtung. Ach, Achtung. Ach, Achtung. Ach, Achtung. Was, Fahrzeugstabkrieg, wieso ich? Geh mir weg. Ich brauche Ihre Hilfezentrale, bitte Straßensperre. Ach, Achtung, den verdächtigen einzukallen. Position der Straßensperren auf dem MDC. Ziel wiedergefunden. Verfolgung aufgenommen. Ich war zurück zum Versteck, das ist mir gerade sehr heiß mit Schufe 5. Ach, Achtung. Ich war zurück zum Versteck, das ist mir gerade sehr heiß mit Schufe 5. So, da bin ich jetzt kurz wieder raus zur Sache. Ah, nur zu 6 vor allen Dingen jetzt noch. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja! So, gut, dann wollen wir hier mal feiern, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir mal versuchen, den Sprung zu finden. So, gut.